Und so provozierst du Fehler mit zweimal drauf. Jung, Sakai, Abfahrt. Maßgenommen und drin. 1-0, HSV. Hamburg gnadenlos. Ein Fehler. Einmal energisch ins Pressing. Auf und davon. Und Sakai hat die individuelle Klasse, um den Ball dann auch unterzubringen. Vorhin schon mal eine Torchance in der ersten Hälfte. Hier. Da gehen sie mal drauf. Jung, Zusammenspiel mit Sakai. Zwickauer stellen sich nur, anstatt zu attackieren. Und der Japaner hat die individuelle Klasse. Die Innenseite nimmt hier Maß. Gebers kommt dort nur raus. War natürlich Halilovic und nicht Sakai. Der Kroate. Hier, da geht er drauf. Beide zwar mit dem ähnlichen Haarschnitt, aber hier. Halilovic. Innenseite. Klasse gemacht.